Dortmund, macht die Fenster auf! Ich mache jetzt ein bisschen Musik. Die nächste Viertelstunde steht im Zeichen der Kultur, der Kunst, der guten Laune. Mein Name ist Flory, ich werde jetzt ein bisschen Musik für euch machen. Da kann der Flemming mit ein paar Geschichten erzählen. Da kommt ein Auto, das lass ich noch kurz passieren. Moin! Ja, kann ich nicht. So. Ich möchte ein Lied für euch spielen. Es ist erstmal wichtig, dass wir alle hier ankommen an dem Abend. Meine Finger sind fürchterlich kalt. Trotzdem werde ich alles für euch geben. Das Lied heißt Ankommen. Viel Spaß! Ich fahr mit dem Zug, ich steig einfach ein. Es ist Freitag und halb vier und ich bin leider nicht allein. Das Lied ist gesund, die Leute essen wie Vieh. Zwischen Freiburg und Stralsund, sage ich oft zu mir, jeder Weg hat irgendwo ein Ende. Und jeder Mensch hat irgendwo ein Ziel. Und vielleicht wirkt es dann im Nachhinein nicht mehr ganz so schnell, wenn ich angekommen bin. Und ich mache eine Ausbildung zum Matrosen. Noch merke ich es auf dem Boot. Und schon auf dem Weg dahin, dass ich chronisch sehkrank bin. Ach Mensch. Und dann studiere ich Germanistik und oder BWL. Doch dann merke ich, ach Mist, ich bin individuell und es geht um mich. Und gehe ein Stück des Wegs zurück. Doch jeder Weg hat irgendwo ein Ende. Und jeder Mensch hat irgendwo ein Ziel. Und vielleicht wird es dann im Nachhinein nicht mehr ganz so schlimm, wenn ich angekommen bin. Denn das Lied ist wie eine große Bundesstraße und man weiß nicht an welcher Ausfahrt ein Wunder wartet. Und vielleicht kommt man nach Berlin oder Hamm oder Dortmund oder nach Baderborn. Und man arbeitet als Briefeverteiler oder Casino-Betreiberin oder man landet gar im Kino. Vielleicht aber nur eines ist klar. Man ist irgendwann da, denn jeder Weg hat irgendwo ein Ende. Und jeder Mensch hat irgendwo ein Ziel. Und vielleicht wird es dann im Nachhinein nicht mehr ganz so schlimm, wenn ich angekommen bin. Vielen Dank. So, und jetzt. Danke schön, danke. Vielen Dank. Kommt gerne an eure Fenster und lauscht den wunderbaren Geschichten des jungen Mannes, der jetzt kommt. Danke schön, danke nereds. Jah, kyll gut.